Freundin von Quail, das sollten wir als nächstes mal in Angriff nehmen Die Sphäre möchte ich nämlich noch ein bisschen meiden, ich habe dann auch so ungute Erinnerungen an die Sphäre Oder war das die Quail-Quest Die gefallenen Paladine, das wäre auch noch so eine Sache Kulte Augenlosen Den könnten wir eigentlich jetzt nächstes in Angriff nehmen Das Treffen mit Vail und Serrin Treffen mit Tolikas, Beweise für Mavis Verrat, das ist auch so eine Sache, die wir annehmen könnten Auch wenn Airi wahrscheinlich bald wieder quengeln wird wegen der anderen Quest von Quails Freundin Gut Regierungsviertel Dem Jungen Bescheid sagen, dass er in sein Dorf zurückkehren kann Natürlich Ich helfe wo immer ich kann Ihr scheint zu glauben, dass wir nicht genug Zeit haben um uns mit Reels zu treffen Die Quail der Wind hat Seufzt Nun gut, wenn wir mal zufällig in der Nähe des Wirtzhauses zu den Fünf Krumen vorbeikommen Können wir zumindest mal einen Sprung hinein machen, oder? Das wäre zumindest etwas Ich sorge für Ruhe und Ordnung Wir suchen Ich bin mir da sicher Wir verursachen nur eine Panik, wenn wir ihn beschuldigen Ihr da Habt ihr in letzter Zeit irgendetwas Seltsames oder Verdächtiges gesehen? Was meint ihr damit? Ich weiß ja nicht einmal, wonach ihr sucht Ich muss eure Frage nicht beantworten Hört auf, mich zu belästigen Abgesehen von euren zwei Freunden hier? Nein Meines Wissens nach nicht Gibt es Schwierigkeiten in der Stadt? Vielleicht könnte ich ja behilftig sein Es gab Berichte davon, dass es auf der Straße in der Nacht zur Auseinandersetzung kam Angeblich hat es mit der Schattengehende und einem ihrer Rivalen zu tun Wenn ihr doch etwas seht, haltet euch davon fern Es gibt bereits genügend Leute, die einfach so verschwunden sind Obwohl sie nichts mit der Angelegenheit zu tun hatten Ich möchte nicht noch mehr Leute suchen müssen Treibt euch in der Nacht nicht auf den Straßen herum, Bürger Ansteige Leute schlafen ohnehin um diese Zeit So Hilfe, helft mir doch bitte Was ist los? Oh nein, sie sind hier, sie haben mich erwischt Äh, was? Oh, Vampire Vampire hat nichts zu sagen Liedliches Vredenvieh, du kannst nicht laufen Ah, du hast ein paar Leute gefunden, die bei deiner Jagd helfen wollen Ich frage mich, ob deine Rettersicherheit so nützlich erweisen, wie du hoffst Ah, ich kenne euch, ihr seid Talista, glaube ich Ihr bekommt unseren Zorn nicht zu spüren, weil wir abwarten, was die Zukunft bringt Verlasst diesen Ort und überlasst diese Kreatur uns Ihr seid noch mit keinem von uns verbündet Da gehört er euch, eure Auseinandersetzung geht mich nichts an Eine weise Entscheidung Lass uns tun, was getan werden muss Ja, weil mit den Vampiren will ich mich jetzt noch nicht anlegen Ah, wo ist der Junge bitte? Der müsste doch hier auch irgendwo sein Oder ist der nur bei Tageslicht da? Ja gut, dann gehen wir mal lieber Weil Aerie sich auch über Müdigkeit beklagt Gehen wir doch mal Aeries Freundin suchen Also Quails Freundin suchen Äh Ein Hafner Mehr Hafner Die Hafner blockieren sich gerade, das ist nicht gut Wenn es das ist, was ihr wollt Ehre für Am Hm, euer Wunsch ist nur mehr Keine große Herausforderung Also gut, zum Brückenviertel mal Okay Okay Mir noch jemand passt Scheinen alle BD zu sein Ein paar läppische Zauber Und ein bisschen Geld Gut Dann laufen wir das Brückenviertel Seid gegrüßt Bürger Ich vertraue darauf, dass eure Waffen an ihrem Platz bleiben Seid gegrüßt Bürger Ich vertraue darauf, dass eure Waffen an ihrem Platz bleiben Ich würde euch ungern einsperren lassen Aber solltet was passieren? Dafür gibt es keinen Grund Wir wollen keinen Ärger machen Sicher gibt es Dinge, die mehr Aufmerksamkeit bedürfen als ich Was wollt ihr damit sagen? Ich bin kein Freund von Einschließungspersonen Ich will keinen Ärger machen Da bin ich sicher Aber ich verbreite diese Warnung trotzdem Ich sorge mich nicht so sehr über euer Gebaren Sondern darüber Dass ihr mit eurer Aufmachung ein lohnendes Ziel abgebt Helden des Guten brauchen keine Warnung Wohin wir gehen, er zittert das Böse Ich warne jedermann, sodass man überall davon hört Dass Wachen auf den Straßen sind Wir hatten eine Reihe von Morden Und ich möchte keinen weiteren erleben müssen Starb ein Häufler in Nahrung in einer Kneipenschlacht Leute sterben immer und überall Wir leben in gefährlichen Zeiten Banditen oder so, kein Zweifel Ich habe auch schon meinen Teil davon abgekriegt Banditen kann ich verstehen Das fällt mir nicht weiter schwer Aber was hier geschah, das ist Mord Wie ich ihn noch nie gesehen habe Er tötet Arme Manchmal sogar in den Gassen, wo sie schlafen Warum sollte jemand auf arme Leute Jagd machen? Was können die haben, was man ihm wegnehmen könnte? Nichts Ihn kann man nichts nehmen, außer dem Leben Er tötet sie und das ist alles Nicht nur, dass es sinnlos ist Er tut es sogar auf eine möglichst schmerzhafte Weise Es ist einfach krank Er häutet sie, lebend, überall brut Der kleine Farage, ein Straßenjunge, fand das letzte Opfer Ich hasse es, dass ein Kind das sehen musste Das hätte ich gar fürchterlich Ich kann mir so ein Verständnis gar nicht vorstellen Warum tut jemand so etwas? Die Mäkenverhältnisse der Stadt nagen beharrlich an den geistigen Stabilitären ihrer Bewohner Aber ich frage mich, ob hier nicht noch eine andere Kraft die Umwesen treibt Wir sollten besser vorsichtig sein Gemuckt davon, ich wollte es weiter meine Runden drehen Lasst mich wissen, wenn ihr irgendwas über diesen Mord herauskriegt Aber haltet euch möglichst aus Schwierigkeiten heraus Ich habe genug Ärger mit Streunern und Bettlern Der alte Rampa wurde beinahe getötet Und ein Straßenmädchen in dieser Gegend Rose hatte ein Riesenglück Seht zu, dass es euch besser ergeht Ihr braucht euch, um uns keine Sorgen zu machen, Leutnant Nach dem, was ich gesehen habe, können Tarlis und ihre Verbündeten sich einfach gegen alles zur Wehr setzen Außer gegen einen großen bösen Drachen Ach herrje Klar, ich rede gerne ein paar Worte mit euch Ich sage euch, es wird nur noch schlimmer dadurch Und man sieht ihnen nicht an, wer sie sind, wenn man sie bloß anschaut Dieser hier war letzte Nacht auch in meiner Taverne Still ihr, er war ein Mann wie jeder andere Nur weil er zu dieser Meute von Schattenlieben gehörte, bedeutet es nicht, dass ihr euch weigern solltet, ihm zu helfen Hat selbst genug Erke ohne eure Hilfe Musst ihr einem Statt aufweisen, wenn ihr Schattenliebe einlocht Und wahrscheinlich seid ihr bald tot Sie machen mir keine Angst Schaut euch den Haufen an Tot, toter geht's nicht Und ihre schwarzen kleinen Hauben haben kein bisschen geholfen Was sie umgebracht hat, war viel mehr, als ihr verkraften könnt Seht nur die Zeichen an ihnen Wenn es ein Kind kriegt, wie sie sagt Dann wird alles noch schlimmer Jaja, das sagt ihr dir bereits Vielleicht, vielleicht solltet ihr euch Sollte ich den Laden für ein paar Zehn Tage dicht machen Ich könnte eine Pause vertragen Ihr sperrt schon ab, wenn jemand Salz verstreut Und vergisst auf Holz zu klopfen, die Hand der Angsthase Für mich ist das nichts Ungewöhnliches Wir werden sehen, Ginnenkriege bedeuten nur Scherereien Viele Scherereien Ja, Schattenliebe Sind tot Anwesend zu den fünf Krügen Da unten Hoffentlich bleiben wir jetzt auf dem Weg dorthin Verschaut Hier, ihr, gebt mir sofort euer Geld und ihr werdet es bedauern Verstanden, ihr versucht gerade euer Gewerbe eine falsche Person auszunehmen Und ihr werdet derjenige sein, der es bereuen wird Ja, nur wir werden uns gleich drum kümmern, nicht wahr? Oh, sind ein paar mehr Ich tu dir weh, wenn es sein muss Die Rache ist mein Warum ruft euch zu sich? Okay Sie haben aber gute Erfahrungspunkte gegeben Jeder tausend Ganz ehrlich, die Ambos sack ich mal ein Die sind noch ein bisschen was wert Man kann hier genug Gold haben Und wir haben ja auch genug Platz im Inventar Münsk vor allem So Dürfen wir jetzt in Ruhe zur Taverne gehen? Hat sich eigentlich quasi nur so ein Tagebuch geändert? Ach ja, wir haben einen neuen Auftrag gekriegt, natürlich Gen Bates Honorar Jagd, Jagd, Jagd Genau, der Häuter vom Brückenviertel Der Leutnant hat erwähnt, dass sie in letzter Zeit Den Reiferschrecklichen Morden im Brückenviertel ereignet haben Jemand ermordet die Armen in den Straßen Und heute sind sie dann auf grau Eine erregende Weise Der Leutnant hat gemeint, dass sein Kind namens Farashi Das letzte Opfer gesehen hat Irgendwie scheint auch ein Bettler namens Rampaf Und eine Kortisane namens Rose In die Untersuchung verwickelt zu sein Du bist wahrscheinlich sogar Ja, du bist Rose Aber mit euch habe ich gerade im Augenblick nichts Ich suche hier Quades Freundin Das müsste die da hinten in der Ecke sein Oh Gott, Feuerhammer Ach, gucken wir einfach nochmal Bevor ich mit der falschen Person rede Ich will einfach mit ihr reden Damit Eri mehr Ruhe gibt Häuter vom Brückenviertel Kulte Augenlos Die Jagd auf Kortala Rallis Shai Oder die Köchin Samuel Okay Du bist aber nicht Du bist nur ein Gast Ja Und du? Auch nur ein Gast Dann ist sie vielleicht oben Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln Bevor ihr das Gebiet verlassen könnt Ihr müsst eure Gruppe Hm, wenn es das ist, was ihr wollt Ich finde sie doch hier, oder? Ach, im Theater Unter dem Würz Ach, nein Das Theater Äh, das war das Zum Theater, ja Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln